Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nationalalter und bei The Invincible. Wir drücken uns hier mal ein bisschen durch das Erdreich. Krass. Einfach sehr, wirklich visuell sehr schön umgesetzt. Ich weiß, dass ich mich wiederhole, aber... Ich habe über alles in dieser Bereich gesehen. Ah, ich sehe die Probe. Ist es denn nichts? Ich habe keine Messungen in dem Moment. Oh, warum? Die Überlobtebringung wird aktiviert. Bis ich ein Reset mache, ist es auf manualen Kontrolle. Ist es denn wegen meiner Flughafte? Es ist möglich. Aber bitte nicht darüber zuhören. Was wichtig ist, dass du alles gut hast. äh ok Okay, und wie finde ich den jetzt? Wahrscheinlich, indem ich weiterlaufe. Nein, hier. Äh, dreh die Sonde mal um 120er links. Okay, jetzt. Ähm, jetzt noch 40 Grad drehen. Okay, jetzt 13, machen wir erst mal 10. Ja, das hat noch nicht ganz gereicht. 15 Grad nach rechts und voraus 60 Grad nach rechts. 15 müssen reichen. 15 Grad nach rechts und 5 Meter vorwärts. Das sieht nicht schlecht aus. 2 Meter nach rechts. Und das war zu weit zu rechts, oder? 2 Meter voraus. 2 Meter vorwärts. Land. Und das hat auch funktioniert. Oh, süß. Geil, mit diesen ausfahrbaren Landefüßen. Ich erinnere mich direkt im Kerbel Space Program. Na, komm. Oh, don't be angry. It's not anger. It's a warning sign. I know, I know. You're welcome, Luna. Oh. Okay, und was jetzt? Ich wieder weiter, oder was? Sieht wohl so aus, ne? Dann werden wir wohl hier reingehen. Wie, was? Sieht wohl so aus, ne? Sieht wohl so aus, ne? I have no idea of what you're talking about, Doctor. A colony of populous tremoloids. American aspen. The new trees grow not from seeds, but from root suckers of old trees. As a result, it's one giant organism, thousands of years old. So you're scared, metal forest? Okay, das ist witzig. Dann gucken wir mal weiter. Doctor, something has been recorded after all. But there are plenty of errors in the transmission header. It's so hard to say, whether this is a message from Gorski. Okay, dann spielen sie es ab. All that, sir. Play it. Maybe we'll finally find out, what's going on with the doctor. Let's hope, sir. Gorski, to base. Arabese, this is Gorski. Base, come in. No doubt, it's him. Let's keep listening. But as soon as you report anything, doctor, I'll stop the recording. God, fucker. Confirmation again? I report. I've made an amazing discovery. Geometric structures have... A thicket of bushes point towards the surface. Mostly iron, but not only. Molybdenum, carbon, tungsten. Altogether similar to a giant integrated circuit. A million swarm of tangled cables. Not a trace of electric current, polarity, not even residual magnetism. Maybe once upon a time, centuries ago, Petawatts or exawatts of power flowed this way. To compare with something, it's probably a machine. Some kind of information, collective structure. Maybe it was some kind of electronic brain. It makes me think of the Lyrans. A race of extinct, sentient beings. Supposedly, they knew about light astrogation before we invented the wheel. They had to save themselves from the explosion of Nova. They sent ships. The remains of those ships have been found ash to a chip glued together. I've seen hypothetical schematics. The structures here remind me of those. Okay, moving on. Readings. Well, that's it. What follows is just a humming noise. Any thoughts, Doctor? So far, it all leads to one conclusion. This is not a place for a man. Nor for any humanoids. Then, who is it for? Maybe it's really an alien technology. Those Lyrans. As far as I know, all information about the Lyrans civilization is just guesswork. Many consider Lyrans to be just a myth. So I wouldn't take it too seriously. Well, I think there might be something to it. Okay, dann gucken wir, was hier noch los ist. Verlassene Gegenstände. Kann ich mir nur angucken, okay. I can see the relay up close. Looks broken. Such damage could be caused by a local meteorological phenomenon. A severe thunderstorm with lethal and electro-meteors. So, the weather is to blame for all of this. Well, I can't think of a better explanation at the moment. Hm. Verlassene Gegenstände. Genau zwei Möglichkeiten, wo wir jetzt lang können. Entweder nach vorne. Oder nach rechts. Jetzt muss nur das Gefühl, dass nach rechts wird nicht lang. Wobei, das Ding hieß, extra Brücke, ne? Aber er lässt uns hier nicht lang. Und hier ebenfalls nicht. Okay. Okay, dann ist mal wieder klar, wo es weitergeht. Oh, shit. Da nicht. Da offensichtlich nicht. Wie sieht es hier aus? Besser. Fingerabdrücke, ne? Was ist warum? Fingerabdrücke. Da sind mehr Traces. Diesmal Handprints. Und ein Dropp-Detektor. Was? Hörst du dir richtig? Ja, Sir. Du hörst mich richtig. Ich bin mir Angst, dass wir bereit sind, für eine Eventualität zu sein. Ja. Das bedeutet nicht, dass wir das Schlimmste anwenden sollten. Ich glaube, dass du ihn finden kannst, Doktor. Das ist die Sonde. Gott, das ist aber auch echt verwirrend hier. Was sagt denn die Karte? Okay, die Karte sagt eigentlich, hier geht es im Kreis. Wie sollen den Fußspuren folgen? Blöderweise habe ich jetzt gerade meinen eigenen hinterlassen. Aber ich glaube, viel mehr Möglichkeiten gibt es auch nicht als hier lang. Was ist das? War das jetzt gerade von der Karte oder war das was anderes? Ja, das war von der Karte, okay. Was ist neu? Nein. Ouch! Ja, jetzt, was ist das? Ich habe einen Schottkart. Auf der Grund? Nicht wirklich. Super. Das hier sieht noch schlimmer aus, als das, wo wir herkommen. Aber ich glaube, hier nebenan sieht es ganz brauchbar aus. Okay, hier geht es nicht lang. Sondern zwar dann doch der Weg hier. So, was gibt es hier? Ausrüstung. Wir können den Anzug beschädigt haben. Also kurzum, der ist auch schon wieder durch, oder was? Checker ist eine gute Idee. Achso, das ist die Sonde da oben. Und wir können... Wir müssen jetzt eigentlich sehr nah sein. Ah. Ich finde, ich habe seinen Backpack. Du weißt, was das bedeutet, Sir. Ja. Wir müssen helfen. Wir müssen helfen. Da ist er. Ich sehe ihn. Er leidet in einem Sinkhalle. Doktor? Antwort mir bitte. Okay, der sieht auch nicht mehr so ganz anwesend aus. Oh, mein Herr. Ich habe ihn. Er ist nicht bewegend. Korski. 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 Look at me. His eyes are closed. Is he breathing? He's alive. But barely. Did he react in the way? No reaction. He seems unconscious. Korski. Come on. Calm down, Doktor. Get him out of there. The pros already looking for a landing site. Okay, dann gucken wir, was wir den Kollegen da rauskriegen. Okay, let me just... I'm... I'm pulling him... Out. Done. He's out. I activated his SOS. You should pick up a transmission with his parameters, Sir. Well? No, nothing. The transmitter in the suit must be too weak. Should I retrieve his booster from the backpack? No point. Better to set up a relay. We have to do it anyway so that Homer can land in this maze. Have a preliminary scan of your surroundings. There's an open area nearby. You have to move Korski there. The bro will guide you. Okay, I'm going to be sure that he's not stable. I must share my oxygen with your masturbator. You need a spare for that. The protocol doesn't provide for connecting two suits at the same time. Äh... In that case, I'll give him my tank. Negative. I won't allow the cancer. If you're faint, the doctor won't carry you. The membrane looks intact. What did you say? I'm picking here. Hold on, Korski. It's still not easy, doctor. Please repeat. It's nothing, Astrogator. Some static on the line. What do you do with the Drohne? Let's not let's not to. What did you do with that? What did you do with that you did with that? Did you delete that button? Maybe? Yeah. What did you say about the transmission? It's still a bit important. It's still a bit important. What did you use to do with that? What did you do with that? Boot da. Das sieht aber auch geil aus. Möglicherweise. Okay. Okay, also wir haben jetzt irgendwie keinen Sauerstoff mehr. Das klang nicht gesund. Hm, wieder Tinnitus-Geräusch. Danke dafür. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich bin ein SOS. Anyone? Please. Okay. Stay calm. Just... Keep it together. Heartbeats racing. Aber Saturation hat nicht unter der Tissue norm. Noch nicht, zumindest. Okay. Okay, dann... Geht's hier wohl irgendwie im Moment nur den Weg weiter? Was sagt die Karte? Hm, nicht viel. Außerdem sehe ich nicht viel. Ein bisschen Licht wäre toll. Keine Ahnung, wo die Sonde ist. Was? 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 Tag. Oh, shit! Man wird nicht geschenkt. Meteorische Wörter. Ja. Manche tief. Doch keine Löcheraketen. Wir sehen, davon ist Flair mit Leuchtrakete auch nicht ganz richtig übersetzt. Na komm, auf. So, da geht es auch umkundig nicht hoch. Stattdessen hier durch und, oh shit. Okay, das mit dem Careful hat gut funktioniert. Keine Hoffnung, tiefer Abgrund, enger Durchgang, keine Chance. Schön, dass sie F Punkt 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 Idee mit am Ende übersetzt haben. Und jetzt? Grüß. Okay. Okay. Äh, wie komme ich zu dir? Okay. Na, war klar. Okay, dann müssen wir wohl weiter. Nett. Aber schön, aber schon cool irgendwie. Okay, jetzt sind natürlich ganz viele Fragen mit, äh, wie kann der da sein? Und warum? Und warum? Krotar, sagen Sie etwas. I can't stand this drecklich silence. Silence? Oh... You shouldn't be afraid of it. Unlike other things. And what should I be afraid of? Dehydration, hypoxia, methane, poisoning... The list is quite long. What were you thinking, really? I warned you against opening your helmets, let alone giving all your oxygen to a dead man. A complete failure of reason in the act of futile heroism. Gorski isn't dead. That's why I left him my damn tank. Yeah, you might as well be. Do you really think giving him oxygen was enough? Something attacked you up there. Odds are, it got Gorski as well. We'll check and come back for him. Novik should be monitoring his parameters after all. Yeah, about that. But you shouldn't trust everything the old man says. He only tells us what he sees fit. Huh? What do you mean? Doesn't matter now. Let's focus on getting out of this maze. Is your equipment operational? Nothing damaged? I think so. Flares are wet, though. What equipment do you have on you? Procedural minimum or more? The telemetre? Tracer? A metal detector? Other than the latter? I don't know. I'd say the bird minimum. I wonder why they don't give us proper torches. Das frage ich mich auch. Frag mich auch. Hold on. I need to rest. Okay, da quälen wir uns jetzt noch ein bisschen hier über die, über das Geröll. Ja. Wie soll das gut sein? Ja, nie. Oh, ich komme auf. Es ist so, dass ich lieber leben und mich zu sterben lasse. Hahaha. Ich kann es tun. Ich werde nicht ... ... geben. Das ist die richtige Attitude. Ach so, schaffen wir es? Ja. Ah, danke dir. Da bist du. All meine Sprache, das muss mir ziemlich hilfreich sein, oder? Nicht aufhören, Krauter. So, wo geht es jetzt weiter? Siehst du das? Na gut, wenn du über die Kult-Depositen und die Böden von prehistorischen Reptilen, dann ja, sie sind auch weiter. Also gab es doch Leben an Land. Wir haben Beweis. Es gab Leben an Land. After all, millions of years ago. Is it really such good news? Because now, not even bacteria or viruses. I'm starting to suspect that someone or something prevents organisms from moving ashore. Perhaps stop them from leaving the water. If so, I think it stops them to this day. In other words. It's still here. And it nipps all manifestations of life in the bud. Why then have I not met it yet? Oh, but I think you have. I don't know, Krauter. About what happened to me. And about these fossils. The old man told me. About life on Regis. About you. He's clueless regarding Regis. How he cares about how he can gain an advantage in this sector of the galaxy. Even more skeletons. Annoyingly now. There are no comms. Nobody will know of this discovery if we get stuck here. Relax. The old man will send another expedition. And they will find those birds. Along with us. Thanks. For a moment there, I forgot how screwed I was. Good that you reminded me. Maybe your situation would be better if you didn't stop to admire the fossils. Now you sound like Novick. Touché. How is it you're always a few steps ahead of me? Simple. I outpace you because I'm moving my legs, not my mouth. I have a feeling that he's going to be among the people in the world. And there somewhere, somewhere, I promise. It looks like an Affenkopf. So, and when we're here now, is he probably away, ne? Yeah. Is he. So, here drin gibt's one or nix. So, here's the entrance. I'm starting to have second thoughts. What is something waiting for me? Something that caused my fall. It doesn't matter now. No. Yeah? Wo ist er denn jetzt? Na ja, wahrscheinlich gar nicht mehr so real existent würde ich tippen. Das wäre so meine Vermutung, das ist.. Er ist irgendetwas was vielleicht diese Maschine irgendwie projiziert. Projiziert. Oh. Alter. Bitte, bitte sag mir, dass ich den jetzt habe. Yes. Okay, kommen wir hier irgendwie so ein bisschen runter? EQ. Oh ja, das ist gut, das ist gut. Dann gehen wir mal in die Einstellung. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen was am... Okay, das gefällt mir. Und damit machen wir jetzt natürlich hier nochmal ein Benutzeroberfläche aus. Ich hoffe, dass... Ja, okay. Wenn ich Leertaste drücke, ist hier sofort wieder raus. Ich verstehe es nicht. Ich sage einfach zurück zum Spiel. Soll er wieder neu fangen? Komm. Sorry. Gerade will er es irgendwie nicht ganz. Ich muss nochmal in Fotomodus reingehen, nochmal Leertaste drücken, dass er es fängt. Jetzt hat er es wieder. Okay. 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 Das würde mit der Deskriptionen matchen. Walking Antimatter Cannon. Antimatter. Ich denke, es geht weg von mir. Es geht nicht weiter. Die größere die Distanz zwischen dir und dieser Maschine, die besser. Wie ist es möglich, dass die Maschine hier vor uns gekommen ist? Ich möchte mich selbst wissen. Wenn unsere Intel incorrect und Invincible bereits landet auf Weges 3, dann haben wir einen großen Vorteil von uns. So, warum wollen wir die Konfrontiert haben? Insofern, wir waste Zeit auf eine schade Diversion. Exactly. Das macht keinen Sinn, aus dem Strategischen Punkt. Ich bin mehr interessiert in ihre Zahlen jetzt. Was, wenn ich in eine ganze Armee runne? Ich wünsche dir, dass ich dich etwas sagen kann. Sie sagen, es ist nicht möglich, aber... Wir können nicht sicher sein. Wow. Alter. Nice. Nice. Alter Vater, ja, hier geht aber die Party ab, du. Das kann man gar nicht anders sagen. Ich würde aber sagen, was alles auch erstmal abgeht, ist die Folge. Euch wieder. Danke fürs Vorbeisein, danke fürs Zuschauen. Ich bin genauso gespannt, wie es weitergeht, wie hoffentlich auch ihr. Und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut. Bis dann. Ciao.